Jubeläge zum Show! Mein Name und Herzlich Willkommen in einem neuen Video auf diesem Kanal und Leute, heute spielen wir wieder eine weitere Folge Minecraft Ender Games! Und ja Leute, heute in Ender Games habe ich eine Challenge mal, keine Kid-Vorstellung und zwar erkläre ich euch mal ganz kurz die Challenge, ganz einfach und zwar dürfen wir nur innerhalb der Schutzzeit Sachen sammeln danach darf nichts mehr in unser Inventar wir müssen mit dem Stuff, was wir uns in der Schutzzeit erfahren, auskommen dafür schnappen wir uns das Diebes-Kit denn das Diebes-Kit hat die Fähigkeit, dass sie so richtig schnell die Kisten looten können und dann wird die Sache richtig, richtig nice und dann kriegen wir auch guten Stuff für den Anfang Craften ist erlaubt, aber man darf nicht nach der Schutzzeit nichts mehr in unser Inventar und nichts mehr aus den Kisten looten als davor Ab geht die Post Komm jetzt Leute, ab geht die Post, ab geht die Post So viele Kisten bekommen, wie man kann Alter, hier, lol, seht ihr diese komischen schwarzen Ränder, the heck Hier, weg, weg mit der Scheiße, alles Komm, gib mir irgendwas Gutes, irgendwas Gutes Leute Boah, Alter, was ist denn das? Digga, das sieht aus wie die Stirn vorne, ich weiß nicht Bill Gates Hier, Holz, Holz ist auch sehr wichtig Leute Also bis jetzt sieht das alles nicht so duftig aus 30 Sekunden nur noch Aber komm mal runter Komm runter Fuck Leute, die Kiste noch Der ist nur Scheiß drin Von wo? Ah, ein Ungeheuer Ein Ungeheuer Leute, ich kann ihn gerade durch den Urwald ganz gut ausspielen Oh, wir wurden getauscht Oh Digga, jetzt sind wir beim nächsten Eisch Digga Komm Weg hier Weg hier Oh mein Irgendwie habe ich mir das schon einfacher vorgestellt Okay, wir müssen auf jeden Fall viel schneller diese Runde sein Viel, viel schneller Okay, wir haben schon mal drei Eisen Das ist schon mal ganz gut Aber jetzt müssen wir hier schnell durchziehen Weil da vorne ist jetzt dieser Shader Ist echt unpraktisch, kann das sein? In der Tat Okay, wir haben jetzt ein bisschen Stuff Und jetzt können wir uns schon mal jemanden holen gehen Uiuiui Alter Erster Kill, Leute Haben wir ehrlich gesagt, dass ich die Sachen anziehen darf? Keine Ahnung, ich ziehe sie jetzt einfach an Aber Man darf nicht Nach der Schutzzeit Nichts mehr ins Inventar Und nichts mehr aus den Kisten looten Alter Oh mein Gott Oh Mein Gott Das war echt der Kampf meines Lebens, Leute So machen wir uns noch den Weg zum nächsten Gegner Da vorne ist er gleich Leckt ein bisschen Und haben wir ihn Haben wir ihn, haben wir ihn Haben wir ihn So Erstmal einen kleinen, kleinen, kleinen Happen, Leute Drei Kills in dieser Runde Also diese Runde läuft echt viel besser als die Runden, die ich sonst spiele Ja, da haben sie recht Da oben ist direkt einer Okay, hab ich ihn, hab ich ihn Okay, es leben noch sechs Spieler, Leute Nein, doch Boah Okay, der da vorne Der ist schon mal Vor einem anderen Level Fuck Nein Ich wollte ihn holen So machen wir uns jetzt noch ein paar wundervolle Schüßchen Also jetzt sind wir schon echt gut dabei Also Leute Jetzt sind wir richtig gut dabei Hä? Bruder Ach, das war Bruder, was war das denn jetzt? Das war wahrscheinlich Teleporter oder so Oh Der hat mich so weggehauen eigentlich Doch so darf es nicht enden Es ist Zeit Für das allumfassende Finale Ah, Bruder Ah, Bruder Bruder GG Schreibt mir mal alle eure Wünsche in die Kommentare Dann würde ich mal sagen Das soll es von dieser frischen, frischen Folge Ender Games Gewinn sein Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeig es mit einer Bewertung Teilt das Video mit euren Freunden Haut rein Macht's gut Und Ciao Abonniert meinen Kanal Abonniert meinen Kanal Abonniert meinen Kanal